Ihr kennt Kaspar Friedmann, den Regisseur am Schauspielhaus. Er inszeniert wieder und er macht Camille und er will alle Rollen mit Studenten besetzen. Josefine, du spielst Camille. Camille geht bis zum Äußersten. Die vögelt sich fast zu Tode, die schneidet sich die Arme auf. Und du? Bist du kaputt? Machst du Männer an? Ich soll also alles durchmachen, was Camille durchmacht? Ich lasse mich vergewaltigen und ritze mir die Haut auf? Ritzen ist ein bisschen harmlos gedacht. Wir sind ja nicht auf der Schule. Fangen wir an zu lesen. Erstes Ding, Haus Eve Auftritt. Ich bin Camille. Joachim. Merken Sie sich meinen Namen? Ganz allein. Sex ist für mich wie Kuchen essen. Ich esse und esse und kann nicht genug davon bekommen. Was macht ihr eigentlich auf eurer Schauspielschule? Leute, ich brauch Energie, ich brauch Spannung. Ihr müsst aufwarten. Ob du da oben schläfst oder ob du spielst, das macht überhaupt keinen Unterschied, Mädchen. Man sieht dich einfach nicht. Ich sag doch, du hast dafür nicht gemacht. Pfähnchen. Ich glaub, ich muss gehen. Bleib doch hier. Und was dann? Ich werde dich quälen. Und du wirst dich quälen. Äh, 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 äh. Groß. Was ist groß mit dir? Was du siehst, ist nur eine Hülle. Warum hast du mich übersetzt? Weil du denkst, dass ich einen Schaden hab? Lingen jetzt alle durch! Das bist doch nicht du. Das ist nur die Rolle. Das ist nur die Rolle. Untertitelung des ZDF, 2020